So, so, diese Kisten sind wichtig. So, so, diese Kisten sind wichtig. So, so, diese Kisten sind wichtig. So, ich verstehe es nicht. Öffnet in der oberen Reihe die beiden linken Kisten. Beide linken Kisten. Für mich gibt es nur links, rechts, Mitte. Beide linken Kisten. Was ist das denn für eins? In der oberen Reihe. Hä? Ganz ehrlich, was für eine beschissene Beschreibung ist das denn? Vor allem, die sind offen am Anfang gewesen. Öffnet die. Heißt es nicht dann eher schließt die? Oh, das funktioniert. Oh. Oh Gott. Ich hätte gerne ein Bild davon. Ich hätte gerne ein Bild davon. Ich hätte gerne ein Bild davon. Ich verstehe es nicht. Ich kann man hier schon sehr früh hin oder so. Ich verstehe es nicht. Also in der Lösung steht schon mal nichts. Ein linken Kisten. Schon wieder mit links und rechts Probleme. Ist das jetzt richtig? Wenn man eine Links-Rechts-Schwäche hat, ist das mit links und rechts immer so eine Sache. Ja. Mal eben links mit rechts verwechselt. Ich werde alt. Kleinen Moment. Ich habe noch ein paar Zelte, die könnte ich mal nutzen. Mal sehen. 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 Häh? Ja, so geht es mir gerade auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Was? Ach komm schon! Ist das dein Ernstig am Beschlanken? Ich kann doch nur diesen Weg gehen! Oder kann ich dann einen anderen Weg gehen? Gib's doch nur diesen Weg! Boah, wie ich das hasse! Hier gibt's doch nur diese Treppe! Und dann kann ich da hoch! Und dann bin ich in diesem Gang! Boah! Und dann die ganzen Gegner nerven mich! Besonders weil ich nur 3 Leute level! Der 4. im Bunde der FD ist gerade gar nicht da! Das nervt mich, dieses Level hier! Komm ich da irgendwo lang? Nein! Komm ich hier lang? Nein! Komm ich hier irgendwo lang? Nein! Ich muss da wieder da runter! Das gibt's doch nicht! Das nervt mich grad tierisch! Pass auf, wenn ich jetzt zurückgehe! Dann passiert was! Pass auf! Hier! Geh ich zurück! Wo lagen? Das kann doch nicht deren Ernst sein! Boah! Diese scheiß Gegner! Kann man die nicht ausstellen! Boah! Richt mich grad auf! Wenn ich nicht weiß, solange unter den Gegner kommen! Das ist... Ah! Jetzt kann ich verstehen, warum die meisten Zufallskämpfe hassen! Ganz ehrlich! Zufallskämpfe! Nein! Danke! Brauch ich nie wieder! Ja! Ich guck nach! Ganz ehrlich! Das kann doch nicht deren Ernst! Ich guck nach! 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 Das ist doch... Wer soll auf so einen Scheiß kommen! Ja nicht kurz angst! Muss ich jetzt einfach immer den Weg folgen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dass er die Welt nicht retten konnte und dass er uns nicht retten konnte wird seiner Verzweiflung angezogen und ein Monster namens Arex Seele von ihm besitzt ergriffen Die Arex Seele ist eine Manifestation der Opfer des Magikrieges deren Seelen grau und voll Qualen erlitten haben. Dieser Dämon wütet, wann immer es ihm lieb ist. Bitte hilf meinem Papa. Das Schicksal von Hirn liegt in euren Händen. Du musst Papa beschützen, bitte. Oh, Phönix ist fertig. Seraph Golem ist fertig. Oh, Stopp, Vitra. Seraph hat Engel wieder. Haska und Gemachka kommen, das können wir doch auch noch gebrauchen. Valigamanda, das lernen wir noch. Aus dem Weg. So, jetzt die Frage, wohin der Thron sagt. Einziger Gedanke gerade. Du musst Ariks Seele sein. Lass ab von Hirn. Es ist zu spät. Verzweifelt, ob seine eigenen Machtlosigkeit zerfressen kann, seinen dauernden Selbstvorwürfen. Kann die Seele dieses Mannes sich in einem Griff nicht mehr mitwinden? Trauer. Zorn. Hass. Sie nähren mich. Niemand kann sich mir widersetzen. Niemand? Ich werde deinen Körper fahren und erst bei deinem Tod in meine alte Gestalt rematerialisieren. Ich glaube, Volga ist nicht so gut, oder? Ich werde deinen Körper fahren. So, wie sieht man die jetzt? In wen ist er denn jetzt gefahren? Nee, die kommen hier mal wieder. Wie töte ich mich denn jetzt selbst? Ah, wie töte ich mich selbst? Wie töte ich mich denn selbst? Ich kann mich nicht selbst töten. Das ist die Person, die ich am Leben lassen will. Wer hat denn Phönix? Nein. Keiner von den dreien. Aber sie hat einen Erzengel. Ja, so sollte sie am Leben bleiben. Ich kann mich doch nicht selbst angreifen. Ich kann mich nicht selbst angreifen. Was ist denn das für ein behinderter Monk hier? Ein Restort für den ist mir nicht eingefallen. Und wie soll ich es erzählen? Ich bin einfach mal die Verkauf. Ich bin ja fast auf. Sie ist so wichtig. So, ich will jetzt die Verkaufs Sansung. Ich bin ja fast bei Steine. Ich bin ja fast bei einem Knacken. Wasser ist ganz klar. Ich bin ja fast bei Steine. Ich bin ja fast bei Steine. Ich bin ja fast bei Steine. Hat der, hat der Reflekt, ne, der hat nicht Reflekt, die haben Reflekt, die hat nicht Reflekt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 No! ... ... ... ... ... Ich bin seit Jahr Nidig. Da kann ich Leck mehr? Nee, ist es also nicht! Nee, er sollte am Leben bleiben! Das war's für mich! Das war's für mich! Na los, ich weiß ja nicht, wie ich mich töten kann. Ah, wie ich richtig dachte, mich zu töten. Ich hoffe, dass es reicht, wir haben keine MP mehr. Wow. 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 Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Okay, der ist down. Gerade rechtzeitig, ich habe keine MP mehr mit dahin. Gerade rechtzeitig, ich habe keine MP mehr mitzuhalten. Vielen Dank.